Musik 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 Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Mona Neubauer. Ich bin von den Grünen und ich kandidiere für den Bundestag und ich wollte fragen, ob ich ein paar Informationen hier lassen kann. Ja, gerne. Ja? Darf ich denn fragen, wie alt du bist? Ich werde bald 18. Ah, du wirst bald 18. Das heißt, wirst du denn noch vor dem 22. September 18? Weil dann ist Bundestagswahl. Super. Hör mal, dann habe ich ein super Programm für dich, nämlich das für die Erstwählerinnen speziell. Okay. Das kannst du dir mal angucken, was wir speziell sozusagen für ganz junge Menschen bis 24 anbieten und kannst du, wenn du Fragen hast, steht eine E-Mail-Adresse drauf, kannst du bei Facebook gucken. Ganz super. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja? Tschüss. 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 Hallo. Ich bin Mona Neubauer von den Grünen in Düsseldorf und ich gehe hier ein bisschen durchs Haus und erzähle, dass Bundestagswahl ist am 22. September und wollte fragen, ob ich vielleicht ein paar Infomaterialien von den Grünen da lassen darf. Ja, das können Sie gerne machen. Ja, super. Dann, angenehme Lektüre. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich bin Mona Neubauer von den Grünen aus Düsseldorf und ich kandidiere für den Bundestag und bin unterwegs in Düsseldorf, um ein bisschen zu erinnern, dass am 22. September Bundestagswahl ist und wollte fragen, ob ich vielleicht ein paar Materialien da lassen kann oder Sie Fragen an mich haben. Fragen habe ich im Moment keine. Ich habe das Essen auf dem Herd, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ah, Sie kochen gerade. Da habe ich aber dann, glaube ich, ganz gutes Material für Sie hier. Und zwar gibt es von den Grünen einer der Wahlkampf-Klassiker, was das Material betrifft. Ich hatte ihn doch gerade noch mit dabei. Hier ist er, unser saisonaler Gemüse- und Obstkalender. Der eignet sich perfekt, um in den Kühlschrank gepinnt zu werden. Dann können Sie mal sehen, was ist gerade sozusagen aktuell und kann aus der Region eingekauft werden und dann lecker gekocht werden. Ja, vielen Dank. Ich lasse Ihnen sonst mal noch da die neuen guten Gründe für Grüne am Bundestagswahltag am 22. September. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie immer über Facebook, über Mail bei uns vorbeikommen, mit uns in Dialog treten. Wir freuen uns, ja? Ja, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen gleich guten Appetit. Danke, vielen Dank. Gerne. Und viel Erfolg noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Munder Neubauer von den Grünen und ich kandidiere für Düsseldorf für den Bundestag und wollte fragen, ob ich vielleicht Fragen beantworten kann oder ein bisschen Material hier lassen kann. Genau. Ja, also ich weiß nicht. So konkrete Fragen habe ich jetzt eigentlich nicht, weil ich bin auch schon ein alter Grünwähler. Aber den habe ich ja so ein bisschen sehr skeptisch in den letzten Jahren geforscht, sagen wir mal so. Aber es bezieht sich auf die allgemeine politische Landschaft. Und das ist auch auf die grüne Landschaft? Ich will jetzt auch nicht direkt so ausnehmen. Okay. So grundsätzliche Frage, ja. Ja. Das ist ja spannend, weil ich bin jetzt auch nicht hier, um Sie zu überzeugen, die Grünen zu wählen, sondern einfach zu sagen, 22. September ist Bundestagswahl. Ich würde aber gerne ein Angebot machen, dass Sie vielleicht einfach hier vor Ort mal zu Veranstaltungen kommen und sage vielen Dank. Gleichfalls. Gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Hallo. Ich bin Munder Neubauer von den Grünen. Keine Ahnung. Okay. Dann noch nicht. Hi. Matthias, ich bin jetzt hier fertig und wollte fragen, wie lange braucht ihr noch? Also wir machen das Haus jetzt noch und dann, genau, dann sind wir fertig. Okay, super. Dann treffen wir uns doch einfach in einer halben Stunde im Davono und dann lade ich euch noch auf ein Kalkgetränk ein, ja? Super. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Hallo. Hallo. Wir sind von den Düsseldorfer Grünen. Wir würden gerne für die Bundestagswahl ein paar Infos hier lassen. Alles ist super. Das sind die neun Gründe, um Grüne zu wählen am 22. September. Ist das interessant für Sie? Ja, ich habe es ja gerne, wenn ich so einen persönlichen Kontakt haben kann, kann ich denn irgendwo fragenlos werden? Klar, perfekt. Das passt, weil wir haben sich Frau Göring-Eckardt in Kürze hier, also unsere Spitzenkandidatin. Frau Höhn kommt auch noch. Also wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne vorbeikommen oder halt auch bei uns im Netz nochmal gucken. Die Adresse steht da. Okay. Da können Sie halt auch noch weitere Dinge rausfinden, wenn Sie gerne. Das sieht super aus. Ja. Dankeschön. Können wir sonst noch was für Sie tun? Hörst man nicht. Okay. Ja, dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Danke euch. Tschüss. 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 Tschüss.